Das ist eine Spinne. Das ist egal, was das ist. Das ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Das hat sich auch eine Schwanz. Das ist aber interessant, so zu gucken. Es sind schon so viele drin. Mhm. Ich weiß. Nur statt Richtung Nest entfernen die sich immer weiter. Irgendwie ja. Das sieht voll interessant aus hier. Wohin krabbeln die jetzt eigentlich nicht? Da hinten die Straße nicht mehr weiter. Und dann? Auf jeden Fall, ich sehe gerade die Ameise. Ja, da hinten kommen die mehr. Noch weiter. Wir verfolgen einfach mal die Ameisenstraße. Gibt sich da noch was? Mhm. Ja. Da sind wieder welche. Was ist hier noch heute? Und die folgen auch noch der Straße. Oder machen die überdreht ein? Ja, die folgen der Straße. Hier ist noch was. Die haben noch ein Opfer. Guck mal her. Nee, die transportieren einen Stein. Werde die transportieren? Ein Stein oder ein Opfer? Die Steine sind eigentlich uninteressant. Du stehst mitten auf einer Bahn. Ist das so? Hör ich auch. Was denn denn ist hier? Nee, die haben irgendwas da zu fassen. Ich glaube noch eine Spinn. Das kann ich so nicht erkennen. Da führe ich so nah zu viele drauf. Aber hier im Bild kannst du das erkennen. So von der Größe und so. Von der Aktie könnte das so kommen. Oder eine größere Ameise. Das kann auch so sein. Und das hat das. Jo, du siehst aus, wenn Ameisen kämpfen. Ich kann es da mal ran. Auf sie mit Gebrült. Siehst du nur noch einen wirkribbelnden Haufen. Und das ist auch mal viel. Das ist schön. Hier geht es noch weiter. Da hinten ist eine fliegende Ameise. Wah, sind hier irgendwo Ameisen? Wow. Hier haben sie noch ein Opfer. Das sieht nach Robbe aus. Mhm. Wir sind Killer unterwegs. Und da scheinen sie noch ein Nest zu haben, wie das aussieht. Schleimbar und ich stehe mitten auf der Bahn. Jo, richtiges Nest. Und es geht weiter aus der Straße. Wir gucken hier einfach mal so. So, jetzt geht's. Wow, ich stehe mitten auf der Bahn. Wie ist alles? Nein, noch nicht? Nö. Doch, da sind noch welche unterwegs. Ja, aber die sind... Guck mal, die transportieren auch irgendwas. Ohne andere Ameise wird da angeschlägt. Wie wir das aussen. Eine größere. Ich hoffe, ich stehe nicht mitten auf der Bahn. Oder was ist das? Hm. Na, ist mir egal. Das ist eine Ameise oder nicht, genau. Na, komm, boah. Geh mal wieder mal. Nee, das ist gerade wirklich interessant. Ich weiß, aber ich möchte noch ein. Hat's ja morgen im Hellen, guck. Nee, morgen im Hellen sind sie weg. Hm? Morgen im Hellen sind sie bestimmt weg. Wenn die so derartige Löcher wurdeln, ja, dann sind die nicht weg. Ja, aber die sind dann vielleicht nicht unterwegs. Hast du schon mal was von Tagruhe gehört? Von was? Tagruhe. Tag was? Egal. Hä? Hab ich mir grad ausgedürcht. Ich geh mal wieder zum Anfang. Boah. Ja, komm, komm, komm. Dann kann ich auch verhandeln. Da habe ich die Schöne. Nein, leider wird sie das jetzt nicht mehr. Hm. Ach, Mousin, bitte. Bitte, mein Gott. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.